Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade vor dem Fitnessstudio und ich habe keinen Bock rauszugehen, weil das Wetter sowas von eklig ist. Schaut selbst! Bevor das Video losgeht, möchte ich mich erstmal ein bisschen bei euch entschuldigen, dass ich meinen YouTube-Adventskalender nicht so durchgezogen habe, wie ich es vorgehabt habe. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich nicht wundern. Jeden Tag ein Video, das geht auf die Knochen. Das ist nicht ganz so einfach. Und ich bin jetzt momentan bei meinen Eltern zu Besuch und da hat sich das alles ein bisschen schwierig gestaltet. Zeit mit ihnen verbringen, schlechtes Internet, schlechtes Wetter, alles schlecht. No excuses natürlich an dieser Stelle. Man kann irgendwie trotzdem ein Video zaubern, aber ich habe mich einfach nicht danach gefühlt. So viel dazu. Wir befinden uns auf jeden Fall jetzt gerade vor dem Fitnessstudio. Ich werde heute mit einem Follower von mir trainieren und zwar dem Markus, dem lieben Markus, der unter jedem meiner Videos einen Kommentar da lässt. So wurde ich irgendwann aufmerksam auf ihn. Und ja, er wohnt hier in der Nähe. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns den Sonntag doch nutzen und einfach mal zusammen trainieren zu gehen. Heute stehen die Beine auf dem Programm. Und ich würde sagen, ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone, gehe raus in den Regen und dann sehen wir uns im Fitnessstudio. Was ein ekelhaftes Wetter. Schnell rein. Holy shit. Was ist das bitte für ein ekelhaftes Wetter? Dungi. Das ist mein Kaffee jetzt, gell? Das ist meiner. So, wir werden uns jetzt erstmal einen kleinen Espresso rein gönnen. Espresso? Espresso. Wir machen jetzt zuerst die Outtakes und dann geht das Video los. Das fängt schon mal gut an. Also, Espresso erstmal hier gönnen. Und er hat seinen schon getrunken, weil er auf mich gewartet hat. Und es tut mir leid für die Verspätung. Kein Problem. Auf jeden Fall werden wir heute die Beine trainieren. Zufälligerweise ist es bei dir heute auch dran. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock? Mehr wie du wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Das ist richtig, Alter. Ich kann richtig total schaden heute. Ich habe irgendwie Angst, dass du mich zerstörst. Wie lange trainierst du denn schon? Zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre? Krass. Und also zwei Jahre so komplett mit Plan, mit Struktur. Mit Plan, Ernährung, alles. Okay. Und erzähl mal deine Story. Du hast mir gerade eben erzählt, du hast im letzten Jahr wie viel Kilo verloren? Knapp über 20 Kilo. Krass. Also auf jeden Fall Respekt dafür. Was man dazu auch sagen muss, was man jetzt vielleicht auf Anhieb nicht sieht, aber der Kerl hat mehr Muskelmasse als ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das natural nicht möglich ist, mehr Muskelmasse zu haben. Aber er hat 45 Kilo Muskelmasse, hat letztens den Test gemacht. In Body Check. Und das ist auf jeden Fall richtig heftig. Also wenn du jetzt Fett verlierst, wenn du dein Gewicht reduzierst und die Muskelmasse zum Vorschein kommt, dann wird es richtig krass aussehen. Ich bin gespannt drauf. Mega. Und nicht erstmal lieber. Also ich komme jetzt erstmal hier klar auf mein Leben, auf meine Welt. Ich habe dir ein bisschen Ohr angepasst. So Leute, wir werden uns jetzt ein bisschen auf dem Cross-Trainer aufwärmen. Fünf bis sieben Minuten. Ich mache das einfach immer ein bisschen, um mich aufzuwärmen. Macht keinen Spaß, aber muss sein. Wie wärmst du dich immer auf? Meistens auf dem Cross-Trainer. Ja? Das ist für mich das Effektivste, um warm zu werden. Okay, warum? Ich weiß, mit dem Fahrrad komme ich irgendwie nicht in die Tour. Ich finde, wenn du dich mit dem Fahrrad aufwärmst, dann sind wir nicht wirklich wach, weil du auf dem Arsch hockst. Das ist immer so das Ding. Und hier hast du wirklich den ganzen Körper in Action. Leute, heute Beintraining in den 97ern. Das ist die größte Sünde, die man machen kann. Deswegen ziehst du die Schuhe raus und ziehst du Hausverbot. Oha, Hausverbot, wenn ich in den Schuhen trainiere. Wir werden heute sockig trainieren. Das ist, oh, ich komme hier gar nicht durch. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man keine gescheiten Squatschuhe dabei hat. Wir werden jetzt zuerst mal ein bisschen Mobility machen. Und schaut euch mal die Aussicht an. Das ist herrlich. Das ist absolut herrlich, diese Aussicht hier. Hier habe ich übrigens mein Workout-Video gemacht, falls ihr euch erinnern könnt. Sehr, sehr gut, mein Lieber. Richtig, richtig gut. Wir machen gerade Aufwärmen. Wir machen jetzt die Squats. Die meisten fangen immer mit ihrem Arbeitssatz an und sind noch nicht wirklich aufgewärmt. Und wärmen sich sozusagen im Laufe des Trainings auf. Und es ist sau, sau schlecht. Und vor allem verletzt ihr euch da ganz, ganz schnell. Gell? Ja. Also deine Form ist Bombe. Du musst nur schauen, was deinen Oberkörper angeht. Das bewegt wirklich nur so viel Gewicht, wie ihr auch tatsächlich mit dem Oberkörper stabilisieren könnt. So, ich mache jetzt meinen ersten Aufnahmsatz. Kannst du mal schauen, ob du tatsächlich auch was bei mir findest. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass meine Technik perfekt ist. Also man selbst hat ja auch nie einen Überblick, wenn man selbst trainiert. Also ich trainiere immer mit Stops. Dass ich keine Chance habe, mit Schwung zu arbeiten. Das Gewicht zu jedem Zeitpunkt. Kontrollieren kann. Shit's getting serious. Aber weißt du, was das Ding ist? Das ist halt nur eine Zahl. Diese 100, egal von welcher Übung. Wenn du dieses Wort 100 hörst, denkst du direkt, Alter. Ich bin raus, ich bin raus. Aber es ist, wenn du 90 schaffst, dann ist 100 auch nicht weit weg. Aber wir bleiben bei dir jetzt auf jeden Fall noch bei 70 oder 80, weil... Ich probiere das. Du probierst 100? Echt? Ja. Ja, im Schluss. Ich bin nervös, nervös, nervös. Geil. Let's do this. Bei der letzten, knickt mein Rücken auch immer so ein bisschen ein, ne? Also, wie war die Form? Okay? Chefin? Don't go. Ich war krass mit so, ich hab Musik. Du warst in deinem Film so. Ich hab Musik. Okay, okay, Bro. 100 Kilo. Bist du bereit? Ja. Oh, shit. Aber, bleib kontrolliert. Wenn es nur eine wird oder zwei, dann ist es so. Versuch jetzt nicht so viele Wiederholungen wie möglich zu machen, ja? Ich bin mit zwei. Kleine Wiederholungen, unten schön kontrolliert halten. Jawohl. Eine noch. Okay. Alter. Respekt erstmal. Aber hast du es gesehen? Dein oberer Rücken, wie er runtergeknickt ist. Ich glaube, du könntest ordentlich an deinem oberen Rücken noch an Muskulatur aufbauen. Ja, hab ich auch schon überlegt. Dann könntest du wesentlich mehr squatten. So, wir machen jetzt eine absolute Lieblingsübung. Nicht wirklich. Und zwar die Bulgarian Split Squats. Für die Leute, die sie nicht kennen. Seid gespannt. Macht sie auf jeden Fall nach. Diese Übung zerstört euch komplett. Und ja, er schüttelt schon den Kopf, weil er weiß, was ihn erwartet. Also ich kann dir sagen, ich mag die Übung auch nicht, aber ich weiß, dass sie ultra effektiv ist. Einen schönen großen Schritt. Am besten immer ein Geodreieck mitnehmen, damit ihr auch optimal die Distanz abmessen könnt. Und nicht immer rumprobieren müsst. Nee, Spaß. Also hinten schön ablegen. Ich mache das immer ohne Spur. Und jetzt, was ich meine, ist, dass du nicht so gerade runtergehst. Ja. Sondern dich hier leicht nach vorne lehnst. Deine Knie bleiben trotzdem noch vor den Fußspitzen. Das kriege ich nicht hin. Und dann, wenn du nicht so einen Todesbrand im ganzen Unterkörper hast. Okay. Alter, wie Thor so richtig so. So, wenn das so vom Himmel runterkracht. Dann, wenn du nicht so einen Tag einst. Man, ich mag das nicht so. Ich mag Marvel nicht. Zweite Übung fertig und wir sind schon komplett am Ende. Ich weiß nicht, wie manche auf ihrem Trainingsplan sieben, acht verschiedene Übungen stehen haben. Irgendwas macht ihr da verkehrt. Wir sind schon auf jeden Fall am Arsch nach sechs, sieben Sätzen. Das waren jetzt gerade mal sieben Sätze, ne? Also sieben Arbeitssätze. Jetzt werden wir auf jeden Fall das Training abrunden mit dem liegenden Beinbeuger. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, eine sehr, sehr wichtige Übung. Weil die Beinbeuger, also die Beinrückseite bei den meisten ein Defizit aufweisen. Das seht ihr dann meistens daran, dass die Leute ein Hohlkreuz haben. Deswegen auf jeden Fall fordern Rückseite ausgeglichen trainieren. Und ja, jetzt leg ich mal los. Hier immer kurz die Spannung halten, ne? Da, wo die Spannungskurve am höchsten ist quasi. Das ist alles so anstrengend. Ich stelle euch auch manchmal die Frage, warum ihr überhaupt trainiert. Keine Ahnung. Während des Trainings ist es einfach Katastrophe. Aber wenn ihr fertig seid, bestes Gefühl, oder? Ich habe schon Muskelkater vom Kameralten. Alter. Kennt ihr das, wenn euch so richtig schwarz vor Augen ist, wenn ihr vom Gerät aufsteht? Das ist jedes Mal bei mir. Viele denken ja, dass das so ein Anfänger-Ding ist. Aber das hört nie auf. Die Übung wird nie leichter. Die Gewichte werden nie leichter. Aber ihr werdet mental und körperlich stärker. Motivation am Sunday. So, langsamer bitte. Und hier die Spannung halten. Ja, genau. Genau. Unten und oben immer eine kurze Pause. Perfekt. Und es ist egal, ob du jetzt auch nur acht Wiederholungen schaffst. Hauptsache, du hast acht kontrollierte Wiederholungen. Perfekt. Weiter. Ja. Komm weiter. Ja. Geht noch was? Weiter. Ja, reicht. Wow. Perfekt. Also, die letzten paar Sets Wiederholungen sind echt üb. Nice. So, Leute, fertig mit dem Training. Jetzt erstmal ein paar Gains. Such dir was aus, mein Lieber. Nein, danke. Wirklich nicht? Nein. Krass, Respekt. Du kannst widerstehen. Ja. Ich muss. Ich nicht, Mann. Nächsten Tag. Good morning in the morning, Leute. Wir haben heute Heiligabend, den 24. Und ich mache jetzt gerade den letzten Hustle. Ich muss jetzt hier die beiden Foodspring-Pakete noch an euch rauszetten, an die lieben beiden Gewinner. Hier noch eine Naked-Retour von meiner Freundin. Danach werde ich noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen müssen fürs Abendessen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Leute, was war das für eine Massenpanik im Rewe und Aldi. Alter, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Ich verstehe es, weil jeder will jetzt für die Feiertage noch sein Zeug einkaufen. Und ich war dadurch jetzt auch nicht gestresst. Das war ein bisschen anstrengend, aber da waren so viele Kandidaten dabei, die jetzt Näh, näh, gibt es hier was geschenkt? Näh, näh. Die ganze Zeit so miese Laune geschoben haben und ich dachte mir so, Alter, ihr seid so peinlich. Entspannt euch doch mal. Das ist Weihnachten. Ihr seid nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die sich heute Abend was Geiles zaubern wollen, die für die Feiertage einkaufen wollen. Also falls ihr noch einkaufen geht, nehmt einfach so bis Rücksicht auf die anderen Leute. Und ja, aber ich denke, dass meine Community da genauso denkt wie ich. Wie auch immer, ich habe heute richtig, richtig geil eingekauft für die Feiertage. Wir haben jetzt 13 Uhr und ich werde mir jetzt erstmal mein Frühstück hier gönnen. Das ist, wie immer, ein schlichtes Porridge mit frischen Bärchen und Ahornsirup. Es ist einfach mal so ein Weihnachts-untypisches, schönes Wetter. Schaut es euch mal an. Ich denke, bei euch wird es genauso aussehen. Richtig, richtig, richtig schöner Himmel. Schön sonnig. Bombenwetter. Richtig, richtig geil. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mein Frühstück gönnen. Ich werde den Vlog schneiden, damit ihr den heute noch seht. An Heiligabend wird wahrscheinlich keine Klicks geben. Aber mir geht es einfach ums Prinzip, das ihr heute noch ein Video von mir bekommt. Und ja, die Heizung ist ausgefallen. Zum Glück ist heute nicht allzu kalt. Hier haben wir jetzt 12, 13 Grad in der Wohnung. Und der Mechaniker kommt gleich oder der Elektriker oder wie man das auch immer nennt. Der Installateur, der, ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns später wieder. So, Vlog fertig geschnitten. Jetzt habe ich mich gerade hier, bitte lacht mich nicht aus. Ich habe hier Geschenke verpackt, wenn man das so nennen kann. Und ich habe hier nur so Paketband zu Hause. Das kriegt ihr besser hin. Geschenke einpacken ist nicht ganz meine Stärke, das gestehe ich ein. Aber ja, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Das gehört nicht zu meinen Stärken. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr euer Weihnachtsfest verbringt. Wir werden hier ganz locker im kleinen Stil zu Hause Weihnachten verbringen. Wir haben dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum. Nächstes Jahr steht hier hoffentlich einer anstelle dieser riesen Softbox. Ich würde sagen, ich lege jetzt die Kamera zur Seite. Ich wünsche euch und mir ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Falls euch der kleine Vlog gefallen hat, schaut unbedingt mal bei Markus auf Insta vorbei. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Natürlich noch im alten Jahr. Also ob ich jetzt erst mich im Januar wieder melde. Nee, nee, nee. Also wir sehen uns in den nächsten Tagen. Ciao.